Heute geht es auf die Fahrradtour über den Enz-Radweg von hier, Bronztal über Neuerburg, über die alte Bahnstrecke. Die Anfahrt war etwas aufwendig bis hierhin, das Wetter sieht schön aus und wir werden mal sehen, was der Tag so bringt. So, dann geht es mal los. Sieht auch schon ganz gut aus hier. Die Anfahrt macht ein Weiter, der Tag 48,9 Kilometer. Mal sehen, wie es denn so wird heute. Sieht ja schon mal sehr nett aus. Weg von uns die Krüm. 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 man sieht immer noch deutlich die Natur eines Schienenstrangs die Fahrgab etwas erhöht rechts und links die Bäume bisher sind es kontinuierlich bergan etwa 14 Kilometer mal sehen wie es weiter geht etwa 14 Kilometer bis Neuerburg auf die flach 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 Ich weiß nicht, ob ich es hier füge, ob ich es hier füge. Die ersten Mitfahrer auf dieser Strecke nach 15 Kilometern. Eine Ansammlung von Totems kurz hinter Arzfeld. Und ja, anscheinend sie jetzt gleich abzuheben. Aber wir brauchen mehr zu 3. Und Nummer 2. Und das ist ein neues Projekt. Und das ist ein neues Projekt. Und das ist ein neues Projekt. Ja, gut. Und das ist ein neues Projekt. 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 Und das geht nur noch über die Straße. Da sehen Sie sich das gestaltet. Das scheint doch nicht so schlimm zu sein. Hier angenommen. Da geht es ein bisschen entlang der Sandstraße. Aber jetzt scheint es wieder viel anscheinend zu sein. Noch gut 6 Kilometer bis zum Ziel. Immer entlang der Enz. Inz. 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 Das ist doch gleichzeitig der Jakobsweg. Das ist doch nicht so schön. Untertitelung. BR 2018 The star is pitting in. The star is pitting in. The star is pitting in. Das sieht aus. Mittagspause, leckere Brote und die ganze Kalorien wieder rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da sind wir wieder, Ponsfeld. Vier Stunden, sechs Minuten. 1281 Kalorien. 96 Kilometer. Und wir haben uns die Cola verdient, oder? Und wir haben uns die Cola verdient. Und wir haben uns die Cola verdient. Und wir haben uns die Cola verdient. Und wir haben uns die Cola verdient.